hallo und herzlich willkommen zurück zum projekt trago rolia und ja wir könnten es abkürzen da roh trago nein tra wie könnte man es abkürzen das ist noch die frage es ist momentan noch nicht so beliebt also die server sind einfach nicht beliebt ich habe andere server ein bisschen begutachtet die haben auch kaum zuschauer was ist los mit der java edition es ist einfach irgendwie momentan nicht so viel los keine ahnung kann ich leider nicht sagen aber dass er oder bleibt egal wie wenig drauf sind ja was kann mich zu erzählen ja wie man gesehen hat hier habe ich jetzt die kühe dort drin und ich bin ein bisschen auf erkunde gegangen nach süden und es ist relativ groß das meer richtung süden noch und richtung osten können wir jetzt mal hinfahren weil dort bin ich noch nicht gewesen ja aber zuerst gehen wir mal kurz das heißt richtig eingehen so und gut ja was habe ich geplant ich habe gedacht wir haben machen ja eben hier eine adventure map und ja ich habe die story natürlich schon recht gut geplant aber das umsetzen ist hat ein bisschen schwer weil ich kaum zeit finde im kreativ modus zu bauen und was ich mache ist momentan eher ein bisschen farm für das let's play dieses hier das letzte rolle play und das macht natürlich es verbracht schon sehr viel zeit von dem was ich habe und aber ich werde jetzt eigentlich so langsam beginnen und mit einfach mal bauen und wir können die map dann immer noch verbessern immer wieder weil ich habe einfach zu wenig zeit um jetzt wirklich sehr schön zu bauen sehr detailliert da müssen einfach mehr leute noch helfen aber wer gerne ein bisschen baut und ja einfach tipps geben kann oder seinen kommentaren darf das gerne machen so ja jetzt muss ich natürlich wieder gehen mit 1 0 schlafen halb in der luft und jetzt schauen wir mal was das ist die schlucht man ist meistens in der luft nicht mehr so kontrollierbar oh ja stimmt ja genau jetzt sind ja auch noch eis dinge so am spawn weiter und nördlich sind sie und bis hier unten sind die eisberge jetzt gehen wir einfach mal hier nach westen osten ok das ist norden und das süden ich bin der blöde ich habe es falsch gemerkt nach osten klar ein bald da ist könnte schon eine androcks sein aber gut dort ist licht wahrscheinlich laber blöcke da haben wir eine sandinsel aber es ist eine ebene scheinbar so ungefähr hier war es ich sehe keinem ins wasser ja da sieht man gar nichts da kann man unter wasser die sicht verbessern müssen ein bisschen schwimmen ja das ist ein rock oder ja das ist ein rock sehr gut ja mit stück zu schwimmen muss ich mir noch ein bisschen angewöhnen ach komm doch ein schwimmen ist zu tief unten ich brachte den helm eventuell zuerst her kommen wir brauchen die schätze jetzt noch nicht also ich schätze machen wir dann wenn wir da auch ein bisschen tauchen können tauchertrank haben eventuell sogar oder den helm eventuell noch ein dave in der nähe haben dann klappt es schon aber so tief möchte ich jetzt eigentlich schwimmen weil sonst komme ich hier nicht raus und so sachen also so tiefe wachs machen wir nicht aber wir können ja irgendwo ah da ist ein dave zum beispiel aber das bringt da nichts der kriegen wir nicht in die nähe wahrscheinlich da ist wieder ein rock ok sind viele wachs in diesem ozean also sicher das vierte jetzt mit den zwei anderen im süden aber ja es ist gefährlich wir könnten sterben wegen den drei zecken von den ertrunkenen deshalb müssen wir gucken dass wir da irgendwie gleich die kiste finden also ja ja ist klar dass wir hier ach man ja wieso trinkt man so schnell was ist denn los ich wollte hier die kiste nicht mehr in der jetzt nur kurz eine kiste eine türkraft machen wir das anders was wir besser können also das ist der richtige punkt also ähm wir haben ja das letzte mal äh ja zwei da und das ist der richtige punkt dann gehen wir mal in die richtung und schauen was es noch gibt trink ist richtig toll gemacht finde ich weil ja so halbe blöcke und man muss zuerst mal dran kommen und drauf kommen dass man aus aus den äh treppen ja auch das ding machen kann so eine tränke weil es ja zusammenschließt einen bottischen holgang oben bildet und ja dadurch dass ja immer noch kein sattel ich habe immer noch kein sattel gebaut sind die so selten ja das wissen wir aber wir haben ja pferde bei wudo gut im anderen dorf ist eigentlich nicht mehr so viel gewesen außer ja bette und wissen essen mehr ist nicht dort gewesen ahja eine pferde diamantene pferderist und das war's was ich sagen wollte ne ja sagen wir nicht noch ein dorf drei dörfer innerhalb von hundert Meter so krasse was ist denn hier los der weltgenerator spinnt ja scheinbar sind sehr viele leute depressiv auf 1.15 alle enttäuscht ne wir zocken nicht mein kräft und dann ist echt nicht viel los bin die schade na gut jo schokolade müssen wir aber mitnehmen ein stückchen schokolade hallo höchste schafe ich finde die bolle ist so schön ja ja wer braucht schon heißen rüstung wenn man auch eisen rüstung hat vielleicht mal reparieren gäbe es mit meins hallo lieber eisgolm geld ziehen und so etwas neues ich habe mir noch nicht gehabt wie heißt dieses teil lesepult ja klar ach gottchen man kann eben noch nicht dazwischen durch ich hätte es wissen müssen das habe ich nicht gemacht oh ein weises bett voll edel hat jeder das nix sehr ertragreich kommen weil wir eifel schon haben bei euch so nix ein kleines baby habt ihr ein kleines kind das ist eigentlich mit dem sound bisschen leise habe ich ein bisschen leiser gestellt weil ich ein bisschen inaktiv war im hintergrund die geräusche waren das ist einfach ein bisschen leiser so nochmals dann im video schauen ob es genug laut ist jetzt so da schon genug laut sein jetzt ja nochmals ein ozean ich mag glaube ich ozean nicht mehr so gern seit 1.13 sind ein bisschen gefährlicher geworden aber ja wir haben ja kein boot mehr stimmt neues boot wie findet ihr eigentlich so das mit den trends und so dass viele leute ja eben nur den trends hinterherlaufen findet ihr das ok oder findet ihr das eher schlecht weil meine meinung geht es eigentlich immer weiter weg von dem weil ich bin eher einer der alte dinge liebt oder einfach dinge die noch gut sind oder so nicht immer den neuesten spiel hinterher rennt und so weiter das macht halt auch mich nicht so beliebt weil ich nicht immer die neuesten spieler let's play oder und mein köpft ist halt jetzt schon zehn jahre her ist klar dass ich jetzt momentan nicht so viel ding habe aber das ist ja mal das schönste schiff wir haben noch platz und dann haben marx italien mit einfach die zäune die sind so mega schön aus sicher ja genau was soll ich mit dem schrott hier wo ist das zweite zweite truhe oh ja das ist gut wunderbar dann noch ein paar abbauern so hier ist steppe müssen wir nicht hingehen weil jetzt ein monster in der nähe muss mal kurz schlaf das ist das bett wieder weg wenn ich hier gekraftet habe wunderbar also mir macht minecraft mega viel spaß und ich habe auch mega viel bock auf einen richtigen tun selber aber da müsst ihr halt auch mitmachen um damit ich erfolg habe damit ich es weiter machen kann und so weiter also ja ich bin halt eben schon ein bisschen enttäuscht dass viele leute einfach sich melden ja ich möchte gerne auf den server dann gebe ich die ip-adresse und weitliste und dann kommen sie nicht dass das immer nur momentan bock haben und dann wieder weg gehen und das ist natürlich ja so ziemlich demotivierend wenn ja selber ohne und der zocker pro 04 hatte auch nicht so viel und 0 2 hat auch nicht so viel lust ähm ähm weil er sehr viel arbeitet oder also nicht lust hatte schon aber er arbeitet einfach viel zu viel er ist scheinbar chef krass mega schnell der boostet mich wie cool ich wusste dass sie boosten können aber so mega auf drogen hä bist du auf drogen ja ok ja definitiv also wenn er schon so 20 meter in die luft hüpft das ist ja heftigst krass der krasseste delphi und es gibt da sind wahrscheinlich alle so krass aber das ist geil also dass die das so machen können ja nicht auf mich lang bitte helf me helf me helf me ok zuerst mal hier ja ja ich weiß dass da unten lavablöcke sind ich weiß es ist hier ok da ist es wow was legen wir ab Apfel Apfel nehmen wir warte was legen wir ab Apfel Gold ist mehr wert als ein Apfel Apfel können wir immer farmen ja noch mehr Papier noch mehr Bücher und noch Schatzkarte die Schatzkarten können wir eigentlich sofort holen ja und danke fürs Boot ja gut ja 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 weg weg ist gut ich weiß dass es eine Schlucht da unten drunter ist aber das ist es definitiv nicht wert also es ist eine Unterwasserruine auf dem Ding ok auf einer Wüste oder auf einem Stand ok ja 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 aber ich brauche euch nicht die gehen kaputt aber ja haben wir eigentlich Behutzungkeit dabei wo haben wir den hinklig ach komm ey ihr seid am nerven habt ihr das schon gemerkt habt ihr das schon gemerkt und dann gehen sie einfach nicht kaputt dieser dummen ertrunkenen ja was machen wir jetzt ich habe so das Gefühl wir müssen das Brot essen zuerst definitiv gehen wir jetzt mal kurz zurück ich habe ja noch Hungs zur Verfügung das geht nicht wir haben zu viel wir haben einfach zu viel so wir haben einfach zu viel hier oben und dann noch hier essen äh nicht viel essen hm hier essen so und hier noch mehr Fleisch und hier kommen die Sachen nimm das gäbe mit mit ja und die zwei Schatz die drei Schatzkarten hm ja die müssen wir ja in der Farmwelt fahren also habe ich jetzt das angeschaut und das ist jetzt in der Farmwelt nicht mehr oder so ok ok ich weiß es nicht also dann können wir gleich mal wieder zurück äh ja das lösche ich gleich dann wieder schöne Ruine ganz viel zum mitnehmen so Blöcke habe ich gerne zum mitnehmen weil die sehr selten also schlecht zum herstellen sind wir brauchen zuerst mal Lianen und so weiter sagen wir eine Lianenfarm ja definitiv also auf Schatzsuche können wir ja gehen machen wir das im nächsten Part also was ist hier eigentlich so viel ach komm Laten also komm ich jetzt nicht hoch mit Stück Ach, die Steirung ist einfach nicht gerade so exakt, wegen diesem Ding, äh Bollen, Lava-Bestein wahrscheinlich. Es ist, es verbraucht, oh, ich hab sie doch kaputt, oh, ich wollte die Hande spitzhaft bringen. Ah ja, also nächste machen wir nicht kaputt. Also, haben wir denn hier irgendwas noch? Auf jeden Fall müssen wir jetzt nochmals ein Boot kraften. Ich hab da kurz mal noch. Ja, haben wir noch Zeit. So, und gleich mal schauen. Wahrscheinlich in die Richtung. Das ist nochmals ein Boot, ein Brock, okay. Ja, ich denke definitiv da runter. Wie sieht man dann das, dass man näher kommt? Ich weiss gar nicht so richtig. Ah, da haben wir dann Sailor Turn wieder. Also, doch ein bisschen öfters. Komm, tauchen. Ah, ich muss wirklich weh gedrückt halten. Nein, das ist so eine Sache. Komm, ey, geh weg. Ist das nervig jetzt schon zu... Irgendwie. Ach, Menü. Wenn nur ein bisschen drankommt, geht es schon das Menü auch. Ja, schwimmt doch. Die müssen unbedingt die Steuer umstehen. Also, ich muss die Steuer umstehen. Aber es ist ja so schlimm, mit Stürke zu tauchen. Ich muss ja nicht schleichen. Ich muss ja... Ja, ich stelle das um. Ich stelle Schleichen auf. Also, ich tausche die zwei Stürke und Umschalt aus. Stürke. Ich brauche definitiv Umschalt viel mehr. Also, wieso mache ich das nicht Umschalt-Rennen? Ich weiß es nicht. Weil ich noch nicht so... Ähm... Äh, ja. Jetzt muss ich natürlich wieder umstellen. Ja, jetzt bin ich natürlich nicht voll. So ein Schwert jetzt hier. Ja, Steuerungsprobleme halt. Ist normal, wenn man so viel Spiel spielt. Ach komm. Jetzt habe ich wieder Steuerungsprobleme, weil ich die Tasten untausche. Ach, wie viel spawnen hier, ey. Okay. Was machen wir? Das Boot kurz gehen. Und, ähm... Ich habe tausende Sterne, ey. Jetzt geht die aber weg. So. Lava-Block. Akma-Block. Ähm. Wo ist er jetzt? Was ist der andere? stellen haben wir denn ja und das nächste mal machen wir weiter bei dieser ruine ok ja definitiv nein so ich gehe mal kurz schlafen und dann im nächsten part weiter so wie machen wir jetzt das ja ich überlege mir noch eine taktik und geben weg genau mache ich das im nächsten part tschüss